moin moin leute stefan hier dieses video einmal was jetzt kommt ein punktsling mit qd aufnahme von der firma site ich hoffe ihr habt da lust zu ich erkläre ein paar basics wünsche euch viel spaß und bis gleich stefan hier wieder von world of paintball beziehungsweise weekend warrior shop einmal site 1 punkt sling und was ist jede besonderheit mit qd aufnahme hier vorne habt ihr schon diesen kleinen schönen qd schnüffel dabei erstmal allgemein hier noch wieder ja der schnellverschluss zum an und ab machen das ganze hat man hier auch noch mal um die sling zu öffnen wenn ihr seht es ist ein großer kreis den kann man noch mal an zwei stellen wieder öffnen ihr könnt die größe hier einsetzen einstellen und wir haben das klassische polster das wirklich gut verarbeitet ist von zeit für wenn man das gute stück umgehängt umgehangen hat ich kann das auch so an die seite machen wie gesagt ich habe aber nur diese ein punkt aufnahme ist dieses schöne dreieck verbaut wie funktioniert das ganze jetzt ich hatte es ja schon in ihrem anderen video gesagt hatte von diesem qd schnüffel gesprochen an der seite hier rein zack dran jetzt haben wir zwei möglichkeiten markierer los oder aber cool die knopf drücken markierer los je nachdem wie ihr mögt tolles prinzip man kann sich bei uns im store sowohl ich glaube qd aufnahmen einzeln kaufen als auch qd knopf mit qd aufnahme wie auch immer kostet 9 95 oder 14 95 ist jetzt nicht die welt könnt ihr schauen dann kann man das zum beispiel auch an die picatinny china anbauen oder unten an die picatinny china wenn man eine 2 punktsling haben möchte wie auch immer oben ist immer so ein bisschen die sache red dort visieraufnahme aber das geht meist weil so wie jetzt seht ihr hier die sling hängt nach unten selbst wenn die hier oben befestigt wäre würde die halt runterhängen und ich gucke halt oben drüber das ist beim schießen halt immer ein wichtiger punkt die leute sind immer so die aber wenn ich die so trag ja gut aber wenn du die so trägst kommt halt auch keiner durchs visier durch das ist immer so die kleinigkeit die man dabei bedenken muss das gute stück hier kostet 29 95 stand jetzt ich kann es empfehlen von der verarbeitung her ob man jetzt eine 2 punkt oder eine 1 punktsling braucht oder wie auch immer das ist hauptsächlich geschmackssache würde ich behaupten ich finde es von den nähten und so ist halt einfach schön verarbeitet ich wollte es mal zeigen ihr habt hier auch überall diese bungee elemente das ist auch immer fürs tragen schön und ganz wichtig wenn ihr euch das link kauft auch wenn es diese nicht sein sollte gepolstert sollte es sein sonst schauert ihr hinten schön den nacken auf ja das war es von meiner seite aus zur 1 punkt sling von site wenn ihr da fragen zu habt haut ihr gerne unten in die kommentare rein wir helfen euch da immer gerne weiter wenn euch das video gefallen hat gerne daumen hoch wir nehmen auch immer gerne video vorschläge ich hoffe es hat euch gefallen ich wünsche euch einen schönen start in die woche und wir sehen uns bis denn übrigens noch kurz am ende das beste kommt zum schluss diese qd aufnahme hat natürlich nicht nur die emf halten sie mal kurz rein hier so fokussiert das jetzt fokussiert ja diese qd aufnahme die hat nicht nur die emf dies auch an der t15 am drop down von first strike oder auch an dem von tsp das ist immer ein beliebtes ding oder wie gesagt wir verkaufen auch die aufnahmen das würde ich hier auch mit rein verlinken ich hoffe das video hat euch gefallen und jetzt aber wirklich bis denn macht's gut